Hallo zusammen. Gerade in dieser Zeit sitzt man vermehrt vor dem Computer oder Laptop und fördert dadurch Fehlhaltungen und körperlichen und psychischen Stress. Und genau deswegen werden wir uns heute mit einer Form der Entspannungstechnik der progressiven Muskelentspannung nach Jakobsen beschäftigen. Die Durchführung ist ganz einfach während der Schulpausen oder Lärmpausen zu Hause durchführbar. Setze dich entspannt hin. Nimm eine für dich bequeme Haltung ein. Leg die Hände auf die Oberschenkel und spüre, wie deine Fußsohlen den Boden berühren und schließe die Augen. Während der Anspannungsphase atme tief ein, während der Entspannungsphase aus. Die Übung beginnt bei den Armen. Bilde eine Faust und winkel deine Arme ab. Spanne währenddessen beide Arme von den Oberarmen bis hin zu den Händen jetzt an. Lass wieder locker und fühle in dich hinein und versuche, deine Muskeln noch mehr zu entspannen. Als nächstes folgt das Gesicht. Spanne das ganze Gesicht an. In der Folge spann jeweils einen Teil des Gesichts nacheinander für ein paar Sekunden an und halte zwischendurch kurz entspannt inne. Spanne jetzt die Stirn an. Lass wieder locker. Spanne jetzt die Augenbrauen an. Lass wieder locker. Spanne jetzt die Augenbrauen an. Lass wieder locker. Und zu guter Letzt spanne jetzt das Unterkiefer an. Lass wieder locker. Genieße anschließend die Entspannung des ganzen Gesichts. Um deinen Nacken an bzw. zu entspannen, halte den Kopf nach vorne über die Brust. Halte die Spannung jetzt für 5 Sekunden an. Lass wieder locker und lass wieder locker. Konzentriere dich jetzt auf deinen Bauch. Spanne deine Bauchmuskeln an und fokussiere dich auf die Anspannung. Spanne jetzt die Bauchmuskeln an. Lass wieder locker. Versuche nun noch mehr locker zu lassen. Ziehe jetzt die Schultern nach oben und bleib 5 Sekunden in dieser Position. Spanne jetzt die Schultern an. Du darfst wieder locker lassen. Genieße die aufkommende Entspannung. Zum Ende der Übungsabfolge spanne Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur an und ziehe die Fußspitzen nach oben. Spanne jetzt an. Du darfst jetzt wieder locker lassen. Bleib in der Entspannung und versuche dich noch tiefer fallen zu lassen. Atme bewusst ruhig und tief ein und wieder aus. Wenn Gedanken oder Gefühle auftauchen, kannst du diese aus der Entspannung heraus beobachten und kommen und gehen lassen. Stell dich nun darauf ein, die Übung zu beenden. Bewege erst einmal die Hände, recke und streck dich. Spüre wieder beide Beine fest am Boden. Du kannst die Augen jetzt wieder öffnen. Lass dir Zeit, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit.